Schmiedekunst ja dann kann ich das ja auch nicht haben nur deswegen frag ich ja aber auch kein Wort mittlerweile oder wenn er dann ist doch alles gut guck mal jetzt mach ich mehr Schaden als du das ist komisch in dem aber auch nur weil ich hier Autohütte hatte außerdem hast du ja auch andere Gegenstände wohl eingesetzt mittlerweile vielleicht hast du doch irgendwas uraltes gehabt okay was ist deine Quest? ja okay aber hier ist noch ein Bonusziel und zwar diese gesamte Akademie warte mal ganz kurz bitte irgendwas fehlt irgendwas stimmt hier nicht ich hab mir immer noch so ein Punkt angezeigt ach so das ist von der Karte irgendwas hast du gerade gesehen hier ist naja den hat die auch schon ist nix da raus ne und hier runter ja gestern hatte ich den auch schon hier sind Quest ja die habe ich auch alle gemacht die sind richtig aber das erst mal die anderen abgeben wer ist schon weg wer ist weg wo abgeben die Quest die Quest die Quest na dann zurück nix nix du bist du durch äh wieso bin ich durch wieso bin ich durch ich durch ja du bist durch du bist viel durch als durch eure durchlaucht durch ja als durch ja du bist die durchlaucht hier dann wieder hoch scheiße du musst kurz warten wieso das denn jetzt können wir weiter wo bist du denn jetzt da lang hallo ich stelle hier Fragen hier oben was sind die Quest ja ja weiß ich doch alles ich bin einfach sagen können ich bin hier oben ich sehe nicht wo man die Quest ging weil gibt es was zu essen nefarons was faronars viel Glück oh für das eine gab es 38 Gold geil lebt 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 infiltriert die Schiffbruch arena da war ich gestern wo du göttiging geschmissen wirste oh neue beste und hui 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 an betritt lebt 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 mal lebt ja müssen jetzt die beste hier was kriegt denn jetzt ist das denn? oh, mit der einen ist sofort, ist er jetzt, äh, ein Quest, wo ich ihn begleiten muss, ich klicke da jetzt drauf, ja? hast du das? oh, ja dann mach ich mal noch nicht oi, oi, cool, war oh, Mann Mann, diese Schriftzock für Spenden alter Horst, das Gestein pulsiert noch immer vor Energie ja, genau, gar nicht ja doch, ich stehe mit dem Dreck, hallo ich auch scheiße, ey, jetzt kann ich nicht scheiß auf das Leder ich bin außer Reichweite das ist auch schon alt, wie er tut hier das ist ja schön, wenn die alle so offen sind dann sind wir schneller fertig ich weiß nicht wie sind die denn jetzt alle? ins Wasser hier, oder was? ja so auch immer, weiß ich nicht, abg... oh, scheiße... oh, scheiße... oh, scheiße... ja, muss ich nicht mal wieder ein bisschen befriedigenden, äh... ha, 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 ha... Ich bin außer Reichweite. Hm, ich weiß nicht. Hm, brauch ich nicht. Brauchst du sowas? Well, was war das? Äh... Hm, weiß nicht. Ich... Kann es mir zwar geben, aber ich kann es nicht genau sagen jetzt, aber... Dafür war jetzt Minus-Crit drauf, aber dafür mehr... Hm. 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 Was hast du denn gelanget? Da. Wo bist du? Nach dem Wasser? Wie komm ich nicht voran hier? Bitte? Ja, klar. Wieso geht das nicht? Ja. Ja. Vorsicht, 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 Vorsicht! Äh! Oh, scheiße! Stell dich tot, stell dich tot! Ja, ja, nicht totstellen, sondern... Ich weiß schon mal so. Gar nicht. Scheiße! Scheiße! Was sind die? Da vorne. Gut, ich bring Freude mit. Freude oder Freunde? Freunde. Hehehehe. Warum die Bock drauf, du? Wie der hier ist, du? Geh mal hier. So wie hier sein. Hallo, wieso krieg ich so viele Schmerzen? Schmerzen. Schmerzen. Das war fein. Fein gemacht, fein. Noch eine? Ich helfe sogar. Zu wenig. Hehehe. Du hast die Scheiße auch hergeholt. Ja. Das darf man dazu mal machen. Ja. So. So. Kommt vor, wenn man nicht wartet. Kommt vor, wenn man nicht wartet. Der Gruppen da stehen lässt. Ich muss die Scheiße auch in diesem Moment jemals machen. Und dann ist die Scheiße auch in diesem Moment gef precedert. Und dann ist die Scheiße auch in diesem Moment. Okay, das ist die Scheiße auch nicht. Jemen nicht. Jetzt aber einfach. Ich hab dich auf die Scheiße auch in diesem Moment zu machen. Ach, ich hab dich auf die Scheiße. Du kannst schon mal kurz vor einem Schmerzen. Und dann steht das hier. Ja, ich bin ja das 잠gelegen. Ich bin außer Reichweite. Das ist zu weit entfernt. 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 W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w! Äh, was ist doch weiß, schlamm, ey? Okay. Was? Was? Ich kann auch nicht. Während eines Kampfes ist das nicht möglich. Oh, ich kann Gold, oh Gott Was? Geh mal hier Schatten hinweg Ja, aber nur Gold? 4 Gold? Ja Krieg ich mal mehr, wenn ich Äh Äh Ja, verstehe Doch, ja, jetzt wohl so Wenn ich, äh Mann, sag schnell Quest zu machen, echt Ja, das haben wir schon alle bei Legion irgendwie bemängelt Hm Ich fand's früher auch besser, wo du halt einfach alles mögliche bekommen hast, jeden Krempel und so, ne Ja Und das so verkauft hast, wenn du es nicht brauchst, ne Und Also, ja, früher hat's mir auch besser gefallen mit der Belohnung hier Ich weiß nicht, warum man jetzt hier irgendwie eigentlich nichts mehr bekommt Warum man hier auch den Trash eigentlich nicht mehr looten kann und so, ne Ja Achso, ich bin zu weit Ok Spitz aber aber sag ich aber Aber Ich nippe ich mir ins Blöde Ich nippe es Aber Ja Ich hab kein Ziel NPC Rezept Lachs, Trockbar Hat man Rezept bekommen Mhm Zett Danke Frage Zub propose Ah, gutte. Oh, man sieht schon, der geht schon recht schnell down hier, ne? Äh Das hat sonst immer gedauert hier, ey. Oh, shit. Oh, eine Kette habe ich bekommen, die ist ja richtig geil. Du kannst keine Kette tragen. Eine Kette. Ach so. Oh, Anhänger, Hals. Mhm. Die hat Ausdauer. Ja. Aber die davor, die hatte, äh, irgendwas Minus-Kritt oder so. Mhm. Ich versuche mich nicht hier zu denunzieren, ja. Dem, äh, sieben. Alter. Du bist so ein Hund manchmal. Lebe wohl, unser nächstes Treffen hat einen friedlicheren Anlass. Ne? Mhm. Also, muss ich schon mal sagen. Mhm. 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 Ah. Ich.